Sondern auch zusätzliche Getränke, die bei vielen Kaffemaschinen automatisch enthalten sind. Trotz dem nehmen Spezialitäten, zum Beispiel eine Wiener Mirage, Tablet. Die fügen wir zur Playlist hinzu, aber ich möchte beim Kaffee Crema nicht nur mal so einen, wenn dann möchte ich schon richtig stark. Und dann kann man sich nicht, ich weiß aktuell nur, was packe ich denn eigentlich in meine Maschine hinein. Und jetzt aktuell, wenn ich sagen würde, okay, ich habe ein T-Shirt, ich habe eine Jeans und das ist der Kühlschrank mit der Kamera. In der Tür geht dann beim schließen ein Innenraumfoto. Und so kann man dann sehen, was man noch alles zu Hause hat, was man nicht zu Hause hat, was man braucht. Eben auch bei einem Daumenkino in der Zeit zurückgehen, was ich jetzt beim Einkaufen noch sagen muss. Die Bilder und ich kann im Supermarkt bequem sehen, was ich zu Hause nehme. Hier auch das Easy Start Feature. Ich weiß nicht, welches Programm muss ich wirklich nutzen. Und ich sage, okay, ich habe Gläser und empfindliches Geschirr eingeladen. Und ich hätte es gern wirklich Energie optimiert, denn man achtet auf die Umwelt. Und schon wird man das richtige Programm vorgeschlagen. Das man auch direkt übertragen kann. Das muss ich nur noch übertragen, was ich auch von der App aus tun kann. Hygienisch haben und dann wird man automatisch das richtige Programm vorgeschlagen. Ich kann es übertragen, es ist dort. In Summe wird es mehr Technik heißen. Aber wann macht Technik ihre Arbeit gut? Dann, wenn dem Kunden gar nicht auffällt, wenn dem Menschen nicht auffällt, dass Technik involviert ist und alles quasi von alleine funktioniert. Mit seinem Zutun, ohne seinen Zutun, aber nach seinen Wünschen. Ich kann es nicht nur mit einem Zutun. Ich kann es nicht nur mit einem Zutun. Ich weiß nicht, das ist das, wenn wir jetzt mit dem Zutun zu machen.